Unsere Tradition ist das Fundament, auf dem wir die Gegenwart und die Zukunft gestalten. Wir wollen unsere Kunden nicht nur zufriedenstellen, wir wollen sie immer wieder begeistern. Meine Damen und Herren, als Ingenieur erlebe ich so etwas natürlich nicht jeden Tag. So ein Fahrzeug hat es bei BMW noch nicht gegeben. So ein Fahrzeug hat es bei BMW noch nicht gegeben.